guten Morgen guten Mittag guten Abend was auch immer ich hab keine Ahnung wenn ihr das Video guckt aber jedenfalls Herzlich Willkommen zu meiner 18. ich glaub die 18. müsste sein ähm Ausgabe oder Folge oder wie man es auch immer nennen will von was war los auf meiner Farm in Farmerama und sonstiges äh ja und wie jede Woche und Woche für Woche beginnen wir auch dieses Mal was auf meiner Farm los war genannt ich werde sie wirklich versuchen bisschen kürzer zu halten ist ist immer wieder der Wunsch da die Ausgabe kürzer zu halten ich werde versuchen ich rede nicht mehr viele Zier drumherum kurz auf was auf meiner Farm los war da sie hat sehr viel passiert es gab einige Wochen wo man recht wenig besiegt aber diesmal ist sehr sehr viel passiert und zweiterseits um ich will euch jetzt sehr raten mich kurz anzuschneiden vielleicht der Hauptsache von Sesslern von meinen Todkulten da aus der 672 TG hab ich jetzt ähm wo habe ich die ja ja das ist wirklich keine Frage wo ich die habe die hat mir nicht irgendeine geschenkt sondern die habe ich natürlich mit gekauft und zwar habe ich mir diese aus dem Grund gekauft weil es jahre kommen wir später noch mal vielleicht ein bisschen genauer darauf hin er den Top Gun Newsletter gab für doppelte Top Gun und da habe ich mal richtig zugeschlagen und für 25 Euro PC Karte und vorhatte ich auch schon ein bisschen Top Gun also das ist ja schon gegangen die müssen zu erreichen bis zum nächsten Sommer müssen die 1600s reichen äh ja ich bin ich so verschwenderisch dass ich die jetzt alle gleich beim nächsten Stallmeister oder was auch immer kommt Reinhau und ja so viel Stallmeisterkauf wie nur möglich dann Moospenny Bestand ist auch deutlich in die Höhe gegangen ich habe es ging ja es begann ja das Winter Weihnachtssevent im Winterevent, Weihnachtssevent 2012 und ich hatte ja vorher schon richtig spekuliert auf Rentiere Rentiere zu züchten das war nicht der Fall ich hatte über 500 Rentiere ich glaube knapp 600 und am Beginn des Events es wurden ja keine echten keine Rentiere die wir sie wie wir sie kennen sondern Rentiere aus den Boxen also wurden keine Rentiere benötigt und ich hatte über 600 am Anfang des Events stieg der Preis aber von 2.200 auf über 3.000 jetzt ist er wieder unfassbar in die Tiefe gegangen also wenn ihr jetzt irgendwann mal vorhört Rentiere auf Vorrat zu kaufen nur so aus Just Verfahren oder irgendwann kommt sie auch mal das suchte vielleicht in ein zwei Jahren dann kauft sie jetzt jetzt ist perfekt die Zeit und ich konnte sie da auch wie sie bei 3.000 waren und 2.500 verkaufen und deswegen habe ich eigentlich den Großteil meines Geldes wieder zurück machen zurückarbeiten was mich sehr freut dann Sternchen wenn auch immer mehr durch Event durch andere Quests und zwar kommen wir da ich arbeite derzeit sehr aktiv hier an die Quests die ich bis jetzt immer aufgeschoben habe hier wie Noah Sachet gestern habe ich das verhindert oder auch hier eine Zeitquests mache ich mache derzeit durch den Flotto Katalog und auch Party Paradies werde ich auch da noch machen wie sieht es auch von meiner Farm da hat sich auch richtig viel getan alles volle Tiere einfach mal ein bisschen auffrischen dann hier brauche ich es für die Quest dann so sieht meine wie die Wiese aus alles hier auch für die Quest für jeden Mal so ja brauche ich auch wieder ein bisschen mehr und so sieht meine Waldlichtung aus schön vollgestopfen und dann hier auch als Tiere eigentlich fast ich habe meine besondere Bäume wie sich immer nennen und so sieht Bahama derzeit aus ich habe es vollgestopft jetzt hier voller Bäume das erste Mal werde ich aber auch wenn sie fertig sind in oh eine Stunde 52 dann werde ich die auch die im Großteil abreißen und neu ordnen also wird sich auch noch einiges tun ja sonst ist nichts passiert es war aber doch einiges was passiert ist von meiner Farm um er fällt mir nicht an und dann beginnen wir jetzt hier was in Farmer Armer los war die Woche und was vielleicht auch in Zukunft dann los sein wird und zwar ja am Montag kam eine kleine Änderung betreffend der Event Uhr die macht jetzt ein bisschen blicke blicke jetzt wieder nicht jetzt habe ich hier schon drauf geklickt können hier mal wo ist in der Tiefel und zwar hier ist sie jetzt blinken und zwar müsste einfach nur Prozent ich glaube ein Locken müsste blinken ich probiere es mal aus zu künchen so gut ich habe jetzt noch mal neue ein- und ausgelöst oder hat sich nichts getan eigentlich hier ähm ja die blinkt jetzt hier jedenfalls und dann müsst ihr ähm seht ihr würde jetzt hier eigentlich normalerweise dann zum Beispiel das hier blinken wenn ihr dann drauf klickt dann hört sie auf zu blinken glaube ich der Sinn davon liegt einfach daran dass es hinweisen soll hallo hallo da ist was zum Beispiel ja da erwähnt derzeit noch falls man es einfach nicht weiß schöner Hinweis mich hat am Anfang ein bisschen gestört aber ein paar Mal draufklicken dann ist es wie vorher wie eigentlich eine gute Änderung was halt jeder von könnte alles gerne unter die Kommentare schreiben dann geht es weiter und zwar gibt es derzeit eine schöne gibt es zwei äh schöne Preisergünstungen einerseits den 10% Rabatt Rabatt das hier und zwar auf Einkäufe von Turbkunden anscheinend hier außer ausgenommen sind davon SMS und Telefon sprich wenn ihr bei SMS oder bei Telefon zahlt und der Bonus-Code lautet xmess ich kann es mal zeigen hier einfach groß xmess eingeben und dann draufklicken auf Häkchen und dann leitet ihr euch automatisch weiter hier zur Bank und ich hoffe da kommt noch was ja da kommt schon was lieber mal hin wenn ich jedenfalls gut schon voll geaktiviert hier 10% Rabatt ich kann es mal testen zum Beispiel ich sage ja 3300 kostet normalerweise 99 Euro dann würde es nur 980 Euro kaufen ich habe da nicht zugeschlagen allerdings habe ich bei der Newsletter doppelte Newsletter Aktion zugeschlagen und da muss ich ein kleiner Hinweis ähm dieses ich glaube ähm wie lang geht das noch habe ich nachgeguckt und zwar geht das jetzt hier noch die 10% Rabatt Aktion bis zum 30. Dezember um 11 Uhr und ganz wichtig hier ist eine Newsletter Aktion sprich mit einem doppelten Turbkunden wo man einen Code bekommt ähm der wurde jetzt hier verkürzt war Anfang glaube ich bis zum 1. März oder so kann es sein und wegen Problemen wurde der verkürzt und nur noch bis zum 31. Dezember aber wie gesagt ich habe da zugeschlagen habe mir reichlich Turbkunden gekauft worüber ich eigentlich nachher nicht sehr froh bin ich habe mir eigentlich schon länger nichts mehr gekauft das wäre eine passende Möglichkeit würde mich wirklich interessieren ob ihr euch Turbkunden gekauft habt könnt ihr gerne mal unter die Kommentare schreiben wir sind natürlich hier auf AmraBook ich werde wieder in die Videobeschreibung alle Links zu den jeweiligen Artikeln reinpacken also dass ihr das dann nachlesen könnt dann ist der Rentie Express oder auch das Weihnachts Event 2012 am Montag glaube ich gestartet und zwar habe ich dazu auch ein Video gemacht dies findet ihr auch in der Videobeschreibung also es lohnt sich wie jede Woche wieder reinzuschauen in die Videobeschreibung wie das geht erkläre ich jetzt nicht dann müsst ihr mir das Video anschauen aber ich denke ich hoffe ihr habt es verstanden es geht jetzt hier noch 111 und eine Stunde 100 ein Stunden ganz lustig ähm sprich bis zum 27 wie weit bin ich ich hab's fertig ich bin fertig ich hab ich mir dachte braucht man so viele Rentiere und stelle die ganze Zeit wie verrückt auf meiner Wald und Bahama weil dicht und Bahama lauter Rentieboxen auf noch mehr doch wird noch mehr und ja bisschen zu viel was dann schlussendlich doch ich hab's locker geschafft das ging sich schnell aus hier 63 futterte ich auch noch und noch dazu noch 1000 für die Zaubernüsse es ging eigentlich recht schnell ging recht gut ich hab's fertig wie gesagt wie zu bemängeln ich habe ähm ja Items das einzige wo ich mängeln kann aber sonst alles ein tolles Event eigentlich dann schauen wir mal was sonst noch alles abging was war war ein Fehler beim Erntehelfer beim neuen Erntehelfer aber und da war wenn ihr keinen Superdünger mehr habt und drauf geht dann habt ihr die Möglichkeit nachzukaufen allerdings wird euch der Superfood angeboten ähm und auch Superfood gebucht ich hoffe der Fehler ist behoben worden das hoffe ich natürlich ähm weiß ich hier bei neuen Erntehelfer können wir mal gucken da kam glaube ich jetzt in die International Game ich war vorher auch in die Bete und jetzt kann man es geht auch ja wo finden wenn das ich bin dann Newtix kaufen wenn man sich so ist okay das finde kann ich sowieso jetzt nicht machen aber ich hab ich kommt davon nichts mit ich hab den Ertel von mir so für mich persönlich sie kein Problem gewesen was für euch einer schreibt die Kommentare dann weitere News es gab unter Anführungszeichen Probleme mit der Stadt und zwar weil einige interessante Sachen hier hier diese ja was ist das gute Frage ähm keine Ahnung was da los war anscheinend wahrscheinlich vielleicht hier nur ein Bug oder ein Fehler ein technischer da war irgendwas können wir hier gucken man weiß es nicht habt ihr eine Idee was das mit zu bedeuten hatte ich glaube es war einfach nur ein Back ein Fehler es ist meine Meinung dazu als Eure schreibt es in den Kommentaren dann gibt es ein Angebot oder gab es bis sie gesagt ein Angebot zum Urlaubs angebot das Urlaubs angebot das ist jetzt nicht mehr vorhanden und da konnte der euch für 10 Euro oder wie viel waren es ja für 10 Euro konntet ihr euch einen Urlaubsmodus kaufen der und konntet ihr euch der beinhaltete bisschen verwirrt hier jedenfalls von 19,12 bis 21,12 hattet ihr die Möglichkeit es zu kaufen Entschuldigung meine Verspreche hier der beinhaltete dann einen Urlaubsmodus 200 Superdünger 50 Superfutter kein Unkraut auf der Farm für die Dauer des Angebots Urlaubsmodus 2 Erntehelferkappen eine Stunde 2 Erntehelferkappen 3 Stunden 1 Erntehelferkappen 12 Stunden 1 Erntehelferkappen 24 1 für 36 1 für 48 Stunden für 10 Euro wie gesagt ich habe zugeschlagen ich brauche das auch nicht ich habe sowieso Urlaubsmodus hätte ich vom Baum der Weisheit hier freigeschaltet oder so und wegen die mehr Erntehelfer und etc brauche ich das nicht ähm wo wären hier der da wäre der Urlaubsmodus ich habe ihn sowieso habt ihr zugeschlagen ja oder nein schreibt es unter die Kommentare dann gibt es etwas ja eher unbedeutendes würde ich mal sagen eine gute Nachricht eigentlich dass jetzt hier die Fertigschilder das kann ich präsentieren ich habe noch nicht abgeändert um euch das zu demonstrieren es wurde ja bemängelt oder kritisiert dass die Fertigschilder wieder richtig klein gemacht worden sind das ist total unübersichtlich ist wenn das fertig ist und jetzt hat man es wieder größer gemacht und das finde ich richtig richtig klasse hier seht wieder viel größer vor allem waren sie ganz klein dass man sie überhaupt nicht gesehen hat jetzt ist es wieder größer gemacht eine definitiv super ähm Update oder Neuerung und noch dazu hat jetzt die Ellie oder wie die heißt schöne Ellie Mütze eine Mütze auf oder so vielleicht man das Mütze nennen kann dass sie nicht mehr friert auch nicht schlecht wenn ich mal sagen hier müsste sie immer kommen natürlich kommt sie jetzt im Video natürlich wieder nicht Ellie Ellie okay ich glaube da kommt nichts mehr wir müssen abbrechen wir müssen abbrechen da kommt nichts mehr ja sieht aber ganz nice aus eigentlich ich finde ich ganz lustig eigentlich muss ich sagen dann gibt es einen Foren Wettbewerb der Weihnachtsdeko im offiziellen Forum der geht noch bis Donnerstag 27. Dezember 15 Uhr und dann müsst ihr was müsst ihr machen das ist jetzt eine gute Frage und dann kann man vom Rahmen Deko schmücken und dann ein Foto machen und reinstellen hier reinstellen und da habt ihr die Möglichkeit vielleicht erinnern sich noch ein paar Leute dass ich vor einiger Zeit ein Gerüchte Video das ist schon ein paar Monate würde ich fast sagen und da habe ich berichtet von einem mysteriösen Item und jetzt ist das gelöst es ist dieses Item hier mir gedacht was kann das zu bedeuten haben und das Item bekommt ihr wenn ihr der gewinnen würde und zwar für den ersten Preis ein Farmer rarmer Brettspiel und das Foren Item sprich das ist das Foren Item wir können das Fanseiten Item und das ist das Foren Item für den zweiten Preis ebenfalls das gleiche und der dritte bekommt noch ein Voran Item das Mima und Mause Maus die ist alle sechs Stunden 265 EP auf einen Zweierfeld bringt dann ja Gültigkeit des Bonus-Codes habe ich schon kurz geklärt das sind bis 31. geht also wenn ihr vor habt es noch zu verwenden oder dazu verwenden oder einzulösen dann beeilt euch denn das könnte dann sonst bisschen Zeitprobleme für euch gehen wir hoffen ihr teilt es euch gut ein dann die Wochenendaktion natürlich auch diese Woche Ende wie jedes Wochenende gibt es einige Aktionen und zwar sind das einerseits finden wir eventuell 0 Stunden hier passend noch die Susis Superdüngersparaktion wo ihr wieder die Chance hat zwischen drei Paketen zu wählen oder auch Superdüngersparaktion wo ihr auch die Chance hat zwischen drei Paketen zu wählen ich habe nicht zugeschlagen und ich brauche das auch nicht habt ihr zugeschlagen könnte gerne unter die Kommentare schreiben und ich glaube zwar aber das ist das ist Superfuttersparaktion auch war ja die Superfuttersparaktion auch da habe ich mich nicht vertan und zwar die beginnt dann erst am 23. Dezember um 10 Uhr Sekunde mal wir haben den 23. Dezember um 10 Uhr Aktualisieren mal kurz Aktualisiert und jetzt sehen wir auch die Blinke Blinke wo ist jetzt wirklich angekommen Blink die? Ja ich mich hier ne die blinkt jetzt könnte ja auch jetzt hier schön ja die Superfuttersparaktion weil die Superfuttersparaktion gestartet ist wo ihr auch wieder die Möglichkeit ab zwischen drei Paketen zu wählen die war ja kürzlich nur gut so ist sie wieder da kaufe ich mir allerdings nichts kein Superfutter weil ich genügend davon besitze über 400 Stück und da kann man auch bei der Wendt hier letztens wieder 20 ja das geht alles schon schön voran ja das sind die Wochenende Aktion habt ihr zugeschlagen könnte gerne mal unter die Kommentare schreiben und eine kleine Änderung gab es noch bei den Geschenken und zwar beim Blumenstrauß der heißt es nicht mehr Blumenstraße und Prachtstauder ist mir ziemlich egal muss ich sagen muss ich ehrlich zugeben ähm ja wie ist mir auch hier Geschenke bei Bäumenbüche die Prachtstuhl schenken wir gleich mal just for fun ja ok passt dann kommen wir noch kurz zu Gerüchte jetzt wollte ich schon sonstiges sagen aber kurz noch zu Gerüchte 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 ja Mai erwähnt hat dich zuerst berichtet dann sagt ich nein kommt nicht ich eher zum 21. Dezember kommt irgendein 1 das kam wirklich und zwar das Ende sein ich habe auch ein kurzes Video zugemacht auch in die Videobeschreibung dann Gerüchte noch Silvestre Metz habe ich paar Bilder damals gefunden oder habe ich immer noch habe ich auch schon mal kurz Video gemacht und durch nicht wenn da war noch anderes dabei ist alles für die Güte auch in die Videobeschreibung dann ja Kükenstube soll im Januar kommen habe ich gehört da warten wir schon als schon seit geraumer Zeit auf die übrigens könnte auch hier auf Pharma-Rama-Book die Bilder hier Silvestre Wendt zum Beispiel nachgucken oder auch mein Video erklärt es auch dazu sehr schöne Bilder und auch Kükenstube könnt ihr nachgucken und ja Gerüchte mäßig fällt mir als eigentlich spontan auch nicht mehr ein es ist eigentlich nichts großartiges jetzt hier mehr gut und naja ist jetzt hier bald zu Ende sonst noch kurz zu sonstiges ähm ja was ist denn sonstiges für euch und zwar einerseits dass wir von Pharma-Rama-Book Unterstützung für das Team suchen aber wenn ihr vielleicht auch noch Lust dazu habt könnt ihr euch gerne melden hier Link haue ich auch rein wenn ihr vielleicht Interesse habt meldet euch es kann sich durchaus lohnen dann sonst noch sonstiges Jahr der Wenzkanäle natürlich auf Pharma-Rama-Book Türchen 20 und 23 morgen noch der 24er auch sehr schön es wird glaube ich was Schönes dabei sein könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken und mitmachen ähm dann wäre wegen der Auslosungen die kommen dann wenn alles vorbei ist also bisschen später hier wundert euch nicht weil ja es ist Weihnachtszeit und denke mal da kann man sie nicht die ganze Zeit nur aber solche Sachen machen man hat Familie etc ihr wisst ja da hat man wichtiges zu tun jetzt hier müsste auch verstehen ich hoffe ihr versteht das dann noch was ganz interessantes sonstiges und zwar ähm geht noch mein Gewinnspiel mein Weihnachtsgewinn Spiel ist von Linköse auch im Video wo ihr toll Sachen gewinnen könnt unter anderem Trubgulden 50 TG die könnte auch noch mitmachen und sonstiges ähm es war da live stream bei den Farmflüster und das war wieder richtig klasse muss ich sagen große Klasse hat sehr viel Spaß gemacht ich war nicht zum Schluss ich weiß natürlich wer hat die 150 TG gewonnen wer hatte abgeräumt könnte gern die Kommentare schreiben ähm ich weiß nicht ich war leider nicht nicht bis zum Ende konnte leider nicht bis zum Ende zu gucken aber wo ich da war das hat richtig viel Spaß gemacht also großes Lob an die Farmflüster das habt ihr wieder toll aufgezogen wunderschön ja mehr fällt mir jetzt hier nicht ein das war es eigentlich mit meiner 18. Ausgabe und da bleib ich ähm bleibt mir nur mal zu wünschen euch frohe Weihnachten das ist das letzte Video ich glaube morgen kommt keins glaube ich habe ich besseres zu tun wie morgen weiß ich auch nicht wundert euch nicht wenn in den nächsten Tagen mal kein Video kommt ähm Gewinnspielauslösung vielleicht morgen ich weiß auch nicht genau ob ich Zeit finde also ich habe ja immerhin Weihnachtsferien jetzt hier zwei Wochen noch ich habe schon Zeit aber morgen ihr wisst ihr Weihnachten also dann wünsche ich euch frohe Weihnachten ein paar besinnliche Tage noch Feiert schon mit den Feier der würde mich mal interessieren ähm und alle alles drum und dran wie feiert ihr was bekommt ihr zu essen was bekommt ihr vielleicht für Geschenke wisst ihr das würde mich mal alles interessieren schreibt es unter die Kommentare und ja übrigens nur so nebenbei jetzt hier noch zum Kommentaren auf Fama aber Videos auch unter anderem ähm ich lese mir auch alle Kommentare da ganz weiß ich durch also postet weiter recht fleißig nicht dass ihr vielleicht denkt ja liest du gar nicht oder so also ich lese mir wirklich alle Kommentare durch aber jetzt hier vorlesen kann ich sie natürlich nicht na gut jetzt wird es mir wieder zu lange jetzt wird wahrscheinlich auch keiner mehr zu